Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Meetin 2 Sunshine. Mit dabei ist der... Devin. Ah lüde. So, ähm, ich kann dir mal kurz zeigen, wie es bei uns ausschaut. Level 29, 14%, wieder 45 Truhen der Dunkelheit. Und wir haben 30,423kk. Das ist, denke ich mal, eine Menge. Ähm, ja, PvP-Schmuck und so zeige ich jetzt erstmal nicht. Das ist alles im Lager und so. Da machen wir dann bei der Auflösung. Und dementsprechend würde ich einfach mal sagen, wir fangen einfach mal an. PvP-Schmuck, meine Prediction, ähm, ich sag mal so, 10 PvP-Schmuck, Level 30 und 10 70er-Waffen. Träumen weiter. Okay. Äh, MPP. Boah, ich bin schon gehypt, so die Folge, ne, weil es geht langsam dem Ende zu. Oh, Glas der Suche, Itemshop, wuh. Ah, da kam EXP. Ey, bitte, ich will diese Runde Level 30 werden, bitte. Phönixbogen. Hast du schon Erfahrung bekommen? Ja, ich hab schon Erfahrung bekommen. Ich bin kurz vor 50%. Komm schon, Erfahrung. Ja. Oh, der ist echt schade, sag. Ja, großgelb. Komm schon. PvP-Schmuck. Da, komm über 3. Dich wert. Ne, ich hab noch keinen PvP-Schmuck. 75%! Bitte Level 3! Huh! Wie viele Truhen hast du noch? 97,6. Ich hab noch 11 Truhen. Bitte! Bitte! Ja! Nein! Ja! Ja! Geil! Die Haupt-Challenge geht somit an dich, ne? Ja, wissen wir doch nicht. Du hast noch insgesamt 35 Truhen. Willst du mich verarschen? Um ein paar Level zu machen. Ja, gut. Freu dich ruhig, ja. Ja. Machen wir aber noch weiter auf. Wir können ja noch hier ein paar Dings bekommen. Okay, nur Potz und so ein Dreck. Oh, Seelenkristall-Leist-Kette. Bringt leider nichts, aber kann man gut verkaufen. Jetzt bei mir ein Krankenwagen. Ich mach mal kurz einen Cut. So. Äh, hier haben ein bisschen 70er-Waffen bekommen. Aber, glaub ich, nicht genug, um Kevin da zu überholen. Äh, schaut einfach mal bei ihm dann. Äh, ich kann hier noch ein bisschen Russin-Rüstung und so verkaufen. Ich hab letztens sogar noch Kevin, schwarze Kleidung plus 7, geschenkt für seine Crap-Sharmy da. Ja, leider alle drei Fame. Ja, trotzdem hab ich dir die geschenkt. Obwohl ich die hätte verkaufen können. Und das heißt, ich hab weniger Young. Ja, ja. Ähm. Naja, okay. Okay, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. Wir sind endlich Level 30. Haben wir die Haupt-Challenge geschafft. Das sind zwei Punkte. Jetzt brauchen wir noch einen Punkt, um die Staffel zu gewinnen. Das wird schwer, aber ich denke, das könnte was werden. So, jetzt nehmen wir die Folge bei Kevin auf. Link dafür findet ihr in der Videobeschreibung. Das war's von uns. Hast du noch was zu sagen, Kevin? Äh, äh. Ich hoffe, dass ich trotzdem gewinne. Auch, wenn du die Haupt-Challenge kommen hast. Ich hab gedacht, jetzt kommt wieder so. Oh, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, meine Süßen. Ja, ein schönes Wochenende wünsche ich euch. Alles klar, das war's von uns. Wir sind raus. Bis denn, ciao.